hallo liebe freunde dann wird zu einer neuen folge farmas live so ein bisschen betrieb hier ja aber das geht jetzt wieder ums war unsere maschine hier wieder zu meinem chef alter was haben wir hier verpasst hier ein bisschen stau naja weil die rein wollen irgendwie aus und wenn er dann nicht da ist irgendwas und da muss ich mal gucken was ich überhaupt ansehen kann oder will soll weizen gerste nur irgendwas für stroh tut 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 so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da ist ja immer noch nichts drin. Da läckst du mich doch im Arsch. Das gibt es auch einfach gerade. Das muss irgendwo was sein. Das gibt es doch nicht. Alter, ich brauche Saatguten und das fix. Das geht nicht. Kann doch alles nicht wahr sein. Mann, das gibt es so nett. Was mache ich denn jetzt hier? Das ist eine Kalkproduktion. So, ein Kalk. Ach, dann fahren wir nach Hause. Das ist ja durch Scheiß gebracht hat, um mich anfangen zu mähen. Das wird es in kühlen Gras gehen kann. Ich habe ja gar nichts jetzt. Nein, 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 nein. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Da haben wir noch einen Kalkproduktion. Das ist ja nicht. Ich trainiere, dann. Du noch. Das bringt mir doch nix. Das bringt mir doch nix. Ich bin still so ein Düngerklau. Ich bin still so ein Dünger. Da ist ja dieser Herr von. Ich bin still so ein Dünger. 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 Was machen mit meinem Tier? Irgendwas zu fressen geben, das nützt ja alles nix. Ich tue den Rest mehr hin und dann tue ich noch mal neugressen. Ach Gott, die schmal. So, hier doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020